Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Basis Community Video. Wie immer werde ich euch heute die neuesten News der Star Wars Galaxis vorstellen, Kreationen aus der Community zeigen und am Ende eure Fragen beantworten, wie auch die Frage, ob es auch Informationen über Leben außerhalb der Star Wars Galaxis gibt. Erstmal zu den News der letzten Woche. Da haben wir ein paar neue Informationen zu den Star Wars Serien auf Disney Plus bekommen. Ab morgen wird ja Disney Plus auch hier bei uns in Deutschland erscheinen. Zum Start des Streaming Services werden die ersten beiden Folgen von The Mandalorian da verfügbar sein. Am Freitag den 27. März wird dann die nächste Folge veröffentlicht und so wie es aussieht dann auch jeden Freitag eine weitere neue. Genauso wird es auch zu Beginn die ersten beiden Clone Wars Folgen der 7. Staffel geben. Am Freitag den 27. werden dann 2 weitere erscheinen und ab da jeden Freitag eine Folge, die dann auch zeitgleich mit den Folgen in den USA erscheinen wird. Passend zum Release von Disney Plus und damit auch von The Mandalorian werde ich übrigens am Mittwoch auch ein Video über die Mandalorianer bringen und das Video wird das bisher längste und aufwendigste Video von mir sein. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Ansonsten gab es in der letzten Woche noch das Gerücht, dass in der 2. Staffel von The Mandalorian, die dieses Jahr rauskommen soll, Rosario Dawson als Ahsoka Tano auftauchen soll. Laut anderen Gerüchten soll Ahsoka dann hier aber nur kurz erscheinen, wobei das ganze vielleicht als Start für einen Rebels Ableger sein könnte, sodass dann vielleicht die Geschichte von Ezra, Ahsoka, Thrawn und den anderen in Form einer Live Action Serie weitergeführt werden könnte. Aber das sind bisher alles wirklich nur Gerüchte. Das waren aber auch alle großen News der letzten Woche. Wenn es in dieser Woche noch etwas Neues zu berichten gibt, werdet ihr das natürlich nächsten Montag in meinem nächsten Community Video erfahren. Kommen wir damit zu den Kreationen, die ihr in der letzten Woche hochgeladen habt. Alex hat einen eigenen Klon Phase 2 Helm gebaut und Konstantin hat einen mandalorianischen Helm gezeichnet. Von Selina stammt dieser Boba Fett und Lasse hat eine eigene Klonrüstung der Phase 3 designt. Yara 132 hat Darth Nihilus gezeichnet und von Burndy Phase 1 gibt es einen Phase 1 Commander des 87 Wächterkorbs. Lenop Youtube Gaming hat einen Minimog auf Kashyyyk gebaut und von Spino stammt dieses Mog einer Schlacht. Und last but not least hat Gabriel 500 Zweite einen Venator in Minecraft kreiert. Aber das waren auch schon all eure Kreationen, die ihr in der letzten Woche auf meiner Seite sw-basis.de hochgeladen habt. Wenn ihr euch die Kreationen nochmal genauer anschauen oder auch eure eigenen Kreationen hochladen wollt, könnt ihr das dort im Community Tab tun. Und kommen wir damit zur Beantwortung eurer Fragen. Wobei die Hälfte der Fragen von Mitgliedern stammen, wenn diese genug Fragen gestellt haben. OliNator99 schreibt, hey wie immer cooles Video. Danke dir. Und jetzt meine Frage. Hätten die Rebellen, wenn man nicht mit in Betracht zieht, dass es ein Film ist, der ein Happy End braucht, eine realistische Chance gegen das Imperium? Ich denke schon. Denn man muss bedenken, was das Imperium war. Das Imperium war eine sehr, sehr tyrannische Regierung, die auch versuchte mit Superwaffen die Planeten zu zerstören, die teilweise unter ihrer eigenen Regierung sich befanden. Das heißt, hätten die Rebellen den ersten Todesstern nicht zerstört oder den zweiten Todesstern, dann hätten diese Todessterne Planeten zerstört, auf denen Millionen, Appermillionen, Billionen, teilweise Trillionen Wesen gelebt haben. Und zwar dann nicht nur irgendwelche Wesen, sondern viele, viele Wesen, die dem Imperium auch treu anhängig waren. Das wäre mit dem ersten Planeten gegangen, vielleicht auch noch mit dem zweiten Planeten, aber dann hätten irgendwelche Leute auf den Todessternen selbst Probleme damit gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Abermillionen Wesen, die auf diesen Todessternen dienten, alle damit einverstanden gewesen wären, eigene imperiale Welten zu zerstören. Das heißt, früher oder später hätte es eine Revolte auf dem Todesstern gegeben und der wäre vermutlich dadurch auch von den eigenen Imperialen sabotiert und oder vernichtet worden. Gleichzeitig hätten viele andere Systeme mitgekriegt, was mit diesem Planeten passiert ist und das hätte so viele gegen das Imperium aufgebracht, dass dadurch vielleicht nicht die Rebellenallianz an sich gewonnen hätte, aber dass sich das Imperium definitiv hätte ändern müssen. Ich denke, dass sowohl der Imperator wie auch Darth Vader gestürzt worden wären und dass das Imperium sich eine Art Reformation hätte unterziehen müssen, wodurch aus dem Imperium dann auch wieder eine Republik hätte werden können. Somit hätten die Rebellen dann auf jeden Fall auch reelle Chancen gehabt. Ob sie auch ohne jetzt, ah, das ist ein Filmuniversum, es alleine geschafft hätten, den ersten und den zweiten Todesstern zu vernichten und damit eben auch so gut wie das Imperium in die Knie zu zwingen, bin ich mir nicht sicher. Ich denke, bei dem zweiten Todesstern hatten sie schon eher Chancen als beim ersten, aber das kann ich jetzt nicht wirklich beantworten. Haut mal gerne unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Noanki schreibt, in Star Wars Episode 1 hört man ja Duel of the Fates und dazu findet man auch die Lyrics. Da ich die Bedeutung davon nicht gefunden habe, ist dies meine Frage an dich. Was bedeutet der Text von Duel of the Fates auf Deutsch? Das ist auch wieder schwierig zu beantworten. Es ist wohl so, dass der Text auf einem sehr alten walisischen Gedicht basiert. Das Gedicht heißt Kat Gaudö, wenn ich das richtig ausspreche und stammt aus dem 14. Jahrhundert. Und dann wurde das Gedicht in Sanskrit übersetzt. Das ist eine Sprache, die teilweise noch in Indien gesprochen wird, aber eigentlich eher aus ca. 600 bis 2000 vor Christus stammt. Und nach dieser Übersetzung hat John Williams dann noch versucht, die Laute so zu ändern, dass sie sich gut in den Rhythmus des Liedes fügen. Deswegen ist es, denke ich, schwierig, wenn man einfach nur den Text in Google Übersetzer oder so eingibt, da eine Übersetzung zu finden. Und dieses Kat Gaudö, also dieses Gedicht, auf dem das basiert, habe ich nicht komplett gefunden, aber es scheint sich da um ein Gedicht über eine Mystengestalt zu handeln, die verschiedene Bäume im Wald animiert und dann dafür sorgt, dass diese Bäume als Armee für ihn kämpfen. Ihr könnt das ja mal selber googeln, vielleicht findet ihr mehr zu dem Gedicht. Playershark schreibt, was ist die Delta-Quelle? Okay, das stammt aus der originalen Thrawn-Trilogie, also aus der von den 90ern, die jetzt in Legends liegt, wenn ihr die noch nicht gelesen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet die jetzt definitiv hier ab oder versucht, diese Frage zu überspringen. Die Delta-Quelle war etwas, was der Neuen Republik ziemliche Probleme bereitete, circa neun Jahre nach der Schlacht von Yavin, da die Neue Republik vermutete, dass irgendwie Informationen zum Restimperium durchdrang und damit auch zu Thrawn. Sie wussten aber nicht genau, wer oder was diese Delta-Quelle war. Sie vermuteten irgendwelche Individuen, irgendwelche individuellen Personen. Allerdings waren das keine Personen. Die Delta-Quelle waren Bäume oder eher gesagt Aufnahmegeräte, die in gewissen Bäumen an speziellen Stellen auf Coruscant platziert waren. Und über diese Bäume, über diese Aufnahmegeräte kamen dann Informationen aus Coruscant, dass jetzt der Neuen Republik gehörte, zum Restimperium. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Ich bin der Sohn schreibt, welche Waffe hatte die höchste Feuerrate? Eine moderne Gatling Gun schafft 10.000 Schuss pro Minute. Gab es was Vergleichbares? Das einzige, an was ich da denken kann, wäre ein schwerer Rotationsblaster. Dieser hatte aber ungefähr eine Feuerrate von 166 Schuss pro Minute. Reini 4 Music schreibt, was passierte mit den Senatoren nach dem Fall der Republik? Und was passierte mit ihnen, wenn sie gegen das Imperium waren? Mit denen passierte nach dem Fall der Republik erstmal gar nichts. Sie wurden von republikanischen Senatoren zu imperialen Senatoren. Der imperiale Senat bestand ja auch noch 19 Jahre lang, bis zu den Ereignissen von Episode 4, in denen uns dann berichtet wird, dass der Kaiser, wie es damals übersetzt wurde, dann den imperialen Senat aufgelöst hat. Wenn sie gegen das Imperium waren, wurden sie als Verräter gebrannt und gejagt, bis sie dann als Verräter vor ein Gericht gebracht wurden und vermutlich hingerichtet wurden. In einem ziemlich großen Schauprozess. Das sehen wir ja zum Beispiel auch in Rebels mit Mon Mothma, dass diese dann sehr schnell vom Imperium fliehen muss, als sie sich öffentlich gegen das Imperium stellt. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Also zunächst mal, dieser Kanal ist nicht mein erster Kanal. Ich hatte schon knapp drei Jahre, bevor ich hier mit Star Wars Basis angefangen habe, einen anderen Kanal. Und damals habe ich einfach mit YouTube angefangen, weil mir Filme machen, in Anführungszeichen, sehr viel Spaß gemacht hat. Weil ich zu der Zeit viele Let's Plays geguckt habe und ich dachte mir, ach komm, das sieht nicht so schwierig aus, das kannst du auch. Und ich habe es gemacht und es war nicht so mega erfolgreich. Ich dachte mir, ich kann damit relativ schnell, relativ groß werden und dann vielleicht das auch zu meinem Hauptberuf machen. Und das hat am Anfang überhaupt nicht geklappt, aber mir hat es mega viel Spaß gemacht. Und das war die ersten zwei, drei Jahre so ein On-Off-Projekt von mir, dass ich da Minecraft Let's Plays und was weiß ich nicht gemacht habe. Und das dann immer mal so zwei, drei Wochen, habe ich da viel Zeit reingesteckt, habe alle zwei Tage Videos gemacht und dann hatte ich mal wieder Monate keine Lust und habe dann wieder angefangen und hatte keine Lust. Und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, hier Star Wars Basis zu machen. Das hatte ich ungefähr ein halbes Jahr in meinem Kopf drin, dass ich diesen Kanal machen möchte und habe mir dann zum Ziel gesetzt, da zweimal die Woche ein Video zu machen und das habe ich durchgezogen. Dann bin ich von zweimal auf drei Videos die Woche, vier Videos die Woche, habe eine Zeit lang, ein ganzes Jahr lang sieben Videos die Woche gemacht und jetzt bin ich wieder auf vier Videos die Woche. Aber damit komme ich jetzt von der eigentlichen Frage ab. YouTube mache ich einfach, weil es mir Spaß macht und mittlerweile auch, weil ich genügend Geld damit mache, dass ich es als Hauptberuf machen kann. Und ich bin einfach mega, mega glücklich, dass ich das, was ich liebe, was mich wirklich erfüllt, was jeden Tag super viel Spaß macht und wo ich jeden Tag wirklich Lust habe für aufzustehen, dass ich das als Beruf machen kann. Grinchip03 schreibt, Hey, ich habe mir immer mal die Frage gestellt, ob die B1 Kampfdroiden theoretisch genauso gelenkig oder schnell wie in Battlefront 2 sind, wenn sie eine bessere Programmierung, zum Beispiel die der Kommandodroiden hätten. In Filmen, Serien sieht man sie meistens nur langsam in Gruppen marschieren, die rennen nie. Und nein, ich glaube, so wirklich gelenkig und schnell wie die Kommandodroiden wären sie nicht. Denn wir wissen definitiv, dass die Kommandodroiden bessere Gelenke eingebaut hatten. Das heißt, so gelenkig wie die Kommandodroiden können sie überhaupt nicht sein, da diese ja mit ihren besseren Gelenken erst so gelenkig sein sollten. Ich denke, durchaus schneller gehen wäre kein Problem gewesen, aber so gelenkig und sich dann auch so zu bewegen wie zum Beispiel ein Mensch oder ein lebendes Wesen wäre für die B1 Kampfdroiden nicht möglich gewesen. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Und jetzt zur Frage von High Voltage. Hi SWB, ich habe mal eine Frage. Gibt es bekannte Informationen von Leben oder Geschichten außerhalb der Star Wars Galaxis? Übrigens schöne und interessante Videos. Danke dir. Und ja, es gibt einiges, was wir über Leben außerhalb der Star Wars Galaxis wissen. Allerdings in Legends. Die größte Gruppierung, die wir da kennen und über die wir auch das meiste wissen, dürften dann natürlich die Yuuzhan Wong sein. In Legends sind diese 25 Jahre nach der Schlacht von Yavin mit einer riesigen Invasion in die Star Wars Galaxis eingefallen und haben versucht, die komplett für sich zu übernehmen. Aus dieser Galaxis der Yuuzhan Wong stammen auch die Droidenrassen Silencium und Abominor, die allerdings schon viele, viele Jahre und Jahrhunderte vorher, also bevor die Yuuzhan Wong in die Galaxis kamen, aus der Galaxis vertrieben wurden. Diese beiden Droidenrassen Abominor und Silencium führten in der Yuuzhan Wong Galaxis einen ziemlich blutigen Krieg, weswegen die Yuuzhan Wong auch eine große Ablehnung gegen Droiden hatten. Ansonsten kennen wir noch die Chasrach, die eine Sklaven Spezies der Yuuzhan Wong waren und somit auch aus der Galaxis der Yuuzhan Wong kamen. Und wir kennen noch die Nagai und die Toph. Beide von diesen kamen aus einer Zwerggalaxis namens Firefist, die die bekannte Star Wars Galaxis umrundete. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten und vielleicht ist das ja auch mal ein gutes Thema für ein größeres, längeres Video. Das war aber auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, die nächsten Montag in meinem nächsten Community Video beantwortet werden soll, haut sie hier unten in die Kommentare. Und damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.